Das ist toll hier oben. Yippie! Siehst du, und jetzt alleine. Gut, ich bin bereit, Maya. Eins, zwei, drei! Seht mal, wie ich alleine fliege. Gut! Oh, nein! Hey, Paul, was macht ihr denn da? Warum schleudert ihr Himbeeren durch die Luft? Hallo, Maya. Wir testen unser neues luftgestütztes Transportsystem. Wenn niemand im Weg ist, funktioniert es prima. Nein! Ups! Blinde Passagiere an Bord! Paul! Ich bin und bleibe eine Pechbiene und dir bringe ich auch Pech. Also, mir hat der Flug Riesenspaß gemacht. Wollen wir jetzt etwas Ruhiges machen? Ah, hier ist es schön ruhig und biedlich, oder? Ja, aber das wird nicht lange so bleiben. Glaub mir, gleich passiert wieder irgendwas. Schon wieder leer. So ein Pech. Komm mal her, Edgar. Da vorne ist ein Tunnel von Max. Nee? Ja, kann man nicht mal ein kleines Nickerchen halten? Warte. Gleich wirst du Max kennenlernen. Hu, hu, Max! Bist du da? Oh, wer schreit hier so ruhig? Ich hab tief und fest geschlafen. Piekser! Oh, das ist unser Platz hier. Oh nein! Edgar, schnell weg! Los, die schnappen wir uns! Genau. Au ja! Edgar, schneller, flieg uns hinterher! Hier lang. Hey, wo fliegst du denn lang? Äh, in dich rein! Edgar, schneller! Ich pech, Biene. Ihr fliegt weiter und ich lenke sie ab. Wo fliegt ihr denn hin? In dich rein, Boss. Puh, das war knapp. Aber sie haben uns nicht erwischt. Hey, es ist vorbei, Edgar. Sie sind weg. Warum weinst du denn? Es ist doch alles gut gegangen. Wir haben Glück gehabt, Edgar. Und zwar! Radio-Radio.